Was ist passiert in dieser Welt, dass Mittelmäßigkeit jetzt als Vortrefflichkeit gilt? Wann haben wir unsere Ansprüche gesenkt? Wir leben in einem Umfeld, in dem die Menschen blind sind. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aus den Augen, aus dem Sinn. Heute Nacht ist etwas Schlimmes passiert. Unsere Männer kommen nicht mehr zurück. Wir sind auf uns gestellt. Sie haben viel Geld gestohlen. Und die Leute wollen sich das von uns zurückholen. Wir haben einen Vorteil, wenn wir so sind, wie wir sind. Wieso? Weil niemand glaubt, dass wir die Eier haben, um die Sache durchzuziehen. Wer sind wir noch, wenn uns die Welt in die Knie gezwungen hat? Wenn die Aktion schiefläuft, sollen meine Kinder wissen, dass ich nicht untätig zugesehen habe. Ich habe was unternommen. In dieser Stadt erntet man das, was man sät. Wollen wir es hoffen. Widows, tödliche Witwen. Wir sind nicht zu, was erinnert. Wir sind die Eier haben. Wir sind die Eier haben uns, die Eier haben. Wir sind nicht zu, was erinnert. Wir sind die Eier haben. Untertitelung des ZDF, 2020